Leere Straße. Amsterkäufe in den Zuckermärten. Insgesamt 143 neue Erkrankungen meldet das Oberkoch-Institut heute. In Italien sind öffentliche Gebäude geschlossen. Für China ist es schon durch Fiebermessstationen, um in ihre Wohnung zu trammen. Hey man, was ist bloß los, verdammt nochmal? Was soll das sein? Wir sitzen ganz allein. Man trifft kein Schwein. Das kann es wirklich nicht sein. Die Kneipe nebenan ist zugesperrt. Das ist verkehrt. Mein Wein so ganz allein. Schmeckt nur noch Schal. Hab keine Wahl. Und Hörsen auf der Straße sind ja Masken noch zu sehen. Kein Lächeln wie Stummelenten, die auf dem Weg sich gehen. Dazwischen Polizisten und Kontrolle. Überall. Hey man, das ist gespenstisch. Und auf keinen Fall mein Fall. So kann es doch nicht bleiben. Das will ich nun nicht mehr. Der Mensch braucht andere Menschen. Kontakt ist sein Begehr. Das Virus fordert seinen natürlichen Tribut. Und trotzdem ein Lob der Freiheit. Sie tut uns allen gut. Das Virus für den Weg. Untertitelung des ZDF, 2020